Das bringt mir leider nichts, lass nur mal den letzten Raum rein, ob wir da irgendetwas übersehen haben. Ob wir da etwas übersehen haben? Ah! Kann ich da rein? Aha! Ja, gucke mal! Ist das wieder ein Fahrstuhl? Scheiße! Das sind Regale hier! Hä? Hä? Das sind Regale. Und jetzt? Was mache ich hier? Da natürlich! Ach da! Da ist auch noch was! Was haben wir hier? Ah, guck mal! Brecheisen! Und... Ist das ein neues Dokument? Nee! Nee! Ist nicht! Was bist du? Du? Ja, gut! Ja, gut! Ja! 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 Jean Sc royalty, Hat sie hier drin die Luke? Warte mal! Die war ja hier oben drin.. Nee, war die hier? Nee. Ach, die war oben bei mir im Zimmer, ne? Aha. Hast du recht, Sogi. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich wusste gar nicht, dass wir hier auch noch Katakomben haben. Sieht aus wie ein Haufen Scheiß am Boden. Lass uns erstmal hier rüber gehen. Okay. Ich würde sagen... Da ist wieder Code. Hier sieht... Ich glaube, wir suchen die Stelle, wo der Schlüssel runtergefallen ist. Weil wir haben ja gerade was runtergeworfen. Ich glaube, wir suchen den Schlüssel. Das ist ja... Ah, das Ding klemmt. Lass mich raten. Wir brauchen dafür... Oder auch nicht. Der ist gesperrt. Das ist wieder ein kleineser Räumen. Was ist das? Ich höre mal. Ich bin ein kleineser telefone. auch noch das abspielen das sieht aus wie ein kleines kind aber das sieht aus als wenn man das abspielen könnte ok ok die tür ist auch lockt stelle gerade für 60 welche tür sollte ich aufbrechen um d So, hier sind wir reingekommen. Muss noch mal probieren. Geht nicht. Hier geht es auch nicht. Hier geht es auch nicht. Wir müssen, glaube ich, den Strom wiederherstellen, damit wir an die Türen drankommen. Wir müssen da rein. Hier geht es auch nicht. Melding Pump System. Mal funktioniert. Mal schauen, ob wir da eine Brechstange rein? Auch nicht. Äh, der Wasser tank ist voll. Hier links geht es ja auch noch weiter. Irgendwo gerade. So, ich bin jetzt eingesammelt. Aha. Eine Spritze. Wunderschön. Licht. Licht. Ist doch wieder raus. Ne, ich bin wieder in dem Raum drüben, ne? Ne. Was ist denn noch? Achso. Achso. Hallo? So, jetzt. Gucken wir mal. Oh, eine der Sensors detect motion near die Signasaurus. Äh. 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 Oh, eine hübsche Ecke für den, äh. Äh. Für den Computer war. So, lass mal gucken, müssen wir nochmal zurück. Wir haben halt keinen Code. geraden. Ich packe zurück. Woh, jetzt wird das alles geschützt. Nachdenken. Wie ist das? Wie ist das? Wir bräuchten einen Haltencode. Ich habe das so rumwuseln unten, habe ich da irgendwas aufgemacht, da waren wir auch schon drin. Kann ich hier irgendwas aufbrechen? Nee. Ich muss ja gestehen, diese Rätsel ist schon... So, mal ganz kurz gucken.